Wie lassen sich E-Rechnungen empfangen und öffnen? Wie hängen die E-Rechnung und die GOBD miteinander zusammen? Und wie lässt sich möglichst rechtssicher ein digitales Büro betreiben? Diese und weitere Fragen wurden von Zuschauern in Kommentaren unter meinen YouTube-Videos gestellt. Und in dieser Folge des Gründergedanken-Podcasts möchte ich auf die wichtigsten Fragen noch einmal persönlich eingehen und diese beantworten. Das heißt, in diesem Video lernst du nochmal ganz viel zum Thema E-Rechnung und auch zu den GOBD. Ja, bevor wir mit den Fragen einsteigen, will ich mich an der Stelle noch bei dir und auch bei allen anderen Zuschauern ganz, ganz herzlich bedanken. Ich freue mich immer, wenn meine Videos auf Engagement stoßen, wenn viele von euch Kommentare schreiben, Fragen stellen. Es sind auch viele sehr, sehr gute Fragen und auch sehr, sehr begründete Fragen dabei. Also, falls du schon mal unter einem meiner Videos kommentiert hast, vielen lieben Dank dafür. Und falls du eine Frage hast, mein Angebot steht, schreib einfach immer unter die Videos. Ich antworte eigentlich auf fast jeden Kommentar. Ja, jedenfalls bin ich da die ganze Zeit immer hinterher oder versuche es zu sein. Also insofern vielen Dank und wenn du Fragen hast, dann nutzt die Gelegenheit doch sehr, sehr gerne. Und ich habe gesehen, die letzten Videos, da haben wir uns viel mit dem Thema E-Rechnung beschäftigt. Und bei den letzten Videos war es dann schon so, dass sehr, sehr viele Fragen noch zum Thema E-Rechnung reingekommen sind. Und auch zu den GOBD, also den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung, den Anforderungen, die die Finanzverwaltung stellt, wenn es beispielsweise um das digitale Büro und um das digitale Ablegen von Belegen geht. Und weil diese beiden Themen zusammenhängen, dachte ich, komm, ich nehme mal die Best-of-Kommentare, bei denen ich einfach glaube, dass sie auch für viele andere relevant sein werden. Und mach dazu einfach nochmal eine eigene Podcast-Folge, wo ich nochmal ein bisschen was dazu sage, was eben nicht oder was eben über YouTube, über eine Antwortfunktion einfach schwer rüberzubringen ist. Die erste Frage, beziehungsweise der erste Kommentar stammt von MaliziaKrim7147 und sie schreibt, naja, ich muss ja E-Rechnungen ab 01.01.2025 empfangen können und da hilft PDF24 nicht. Also der Kommentar steht unter dem Video, wo ich über PDF24 gesprochen habe, mit dem man eben auch kostenlos eine E-Rechnung schreiben kann. Sie schreibt weiter, wurde ja auch nie behauptet, die Bauchschmerzen vieler Kleinunternehmen liegen aber dort. Auch wenn ich hier die Kommentare so lese, dann denke ich, manche erkennen das nicht korrekt. Fragezeichen. Für den Empfang der E-Rechnung benötigt man ja auch ein Tool, aber der Steuerberater hat ja auch eine sehr günstige Lösung. Also der Kommentar bezieht sich vor allem auf die Frage, wie kann ich eine E-Rechnung empfangen, wie kann ich sie im Rechnungseingang bearbeiten. Das PDF24-Video, was ich gemacht habe, bezog sich natürlich auf den Rechnungsausgang und auf die Frage, wie kann ich eine E-Rechnung stellen, mit welchem kostenlosen Tool. Das ist ja etwas, was noch ein bisschen Zeit hat. Es gibt die Übergangsfrist bis zum 01.01.2027. Erst dann muss der Rechnungsausgang auf E-Rechnung umgestellt sein und auch das betrifft nicht alle Unternehmer, sondern nur die Unternehmer, die eben auch wirklich B2B-Geschäft haben. Und natürlich der erste, erste 25, das ist jetzt die erste Deadline, die ist eben für den Rechnungseingang gedacht. Allerdings ist es so, um auf die Frage einzugehen, für den Empfang einer E-Rechnung benötigt man eben kein wirkliches Tool. Ja, weil das hier in dem Kommentar so suggeriert wird, für den Empfang der E-Rechnung benötigt man ein Tool. Nein, braucht man nicht. Der Empfang einer E-Rechnung funktioniert per einfachem E-Mail-Postfach. Es gibt zwar diverse E-Rechnungsplattformen, es gibt auch diverse Lösungen, die sicherlich auch ihre Daseinsberechtigung haben, beziehungsweise die auch ganz interessant sein können. Also es gibt beispielsweise Plattformen, da ist die Idee, du bekommst eine E-Mail-Adresse von der Plattform. Diese E-Mail-Adresse teilst du deinem Lieferanten mit und dann schickt dein Lieferant direkt dahin die Rechnung. Und dann wird die Rechnung, indem sie eben auf der Plattform eingeht, schon direkt in deine Buchführungslösung integriert. Also du brauchst dann quasi kein E-Mail und musst den Anhang runterladen und ihn irgendwo dann wieder reinladen, sondern das läuft dann quasi direkt. Solche Plattformen gibt es, solche Plattformen sind gerade auch in der Entwicklung. Allerdings muss man auch dazu sagen, aus meiner Wahrnehmung steckt das noch vielerorts doch eher in den Kinderschuhen, weshalb ich nicht ganz weiß, ob ich auf solche Plattformen heute schon vertrauen würde. Also es reicht zum Empfangen der E-Rechnung wirklich aus, ein E-Mail-Postfach bereitzustellen. Das kann auch ein ganz allgemeines E-Mail-Postfach sein, das muss jetzt kein dediziertes E-Mail-Postfach nur für die E-Rechnung sein. Das kann irgendein E-Mail-Postfach sein und du kannst über dieses E-Mail-Postfach dann in Zukunft eben einfach die Zugpferdrechnung genauso wie die X-Rechnung empfangen und das wäre auch erstmal vollkommen ausreichend. Und das mit diesen Plattformen, mit diesen Tools, die es da gibt, mit denen man das dann empfangen kann, mit denen man sich da vereinfacht austauschen kann, das steckt alles noch in den Kinderschuhen, das steckt noch in der Entwicklung. Ich bin auch sehr guter Dinge, dass es da mit der Zeit auch sehr, sehr gute, interessante Lösungen gibt. Aber für den Augenblick braucht man tatsächlich dafür kein Tool. Das Einzige, was man vielleicht braucht, wenn man jetzt eine X-Rechnung bekommt, also diese .xml-Rechnung, ist, dass man ein Tool hat, was einem das vernünftig darstellen kann. Dass du nicht durch diesen kryptischen Code klicken musst, sondern dass du eine Visualisierung bekommst. Und das kann beispielsweise der Ultramarinen E-Rechnung-Viewer oder es gibt auch ein Programm für den Mac. Das werde ich in einem weiteren YouTube-Video noch vorstellen. Damit geht das also auch. Das heißt, da gibt es auch kostenlose Lösungen. Und eine Zugpferd-PDF kannst du sowieso mit jedem PDF-Reader eröffnen. Das heißt, eigentlich für den Empfang gibt es so gesehen kein allzu großes Problem. Und wenn man dann auch eine Software wie beispielsweise DATEV-Unternehmen Online nutzt, das ist das, was hier in dem Kommentar, glaube ich, so ein bisschen angerissen wird. Oder Lexware Office oder Cevdesk oder was auch immer. Wenn du solche Tools nutzt, dann hast du eigentlich sowieso auch eine vernünftige Gesamtlösung. Also ich sehe das gerade für die kleinen Unternehmen gar nicht als so großes Problem an. Das beantwortet dann auch den nächsten Kommentar von Sistri5305. Fragt, gibt es ein kostenfreies Programm, das E-Rechnungen lesen bzw. ein lesbares umwandeln kann? Jawohl, gibt es. Für Windows wäre das der Ultramarinen E-Rechnung-Viewer. Und für Mac heißt das anders. Ich müsste gleich nochmal nachschauen. Ich verlinke es unten in der Videobeschreibung bzw. dazu mache ich auch noch ein eigenes YouTube-Video. Aber da gibt es auch ein kostenfreies Programm. Da kannst du einfach eine E-Rechnung reinziehen und dann bekommst du die visualisiert. Ist auch die gleiche Frage von Self. Der hat auch das gefragt. Super, jetzt noch ein Tool zum Ansehen und Empfangen. Ist genau die gleiche Frage. Ultramarinen-Viewer bzw. den Mac-Pedanten. Conny2130 sehe ich hier gerade, hat auch nochmal die gleiche Frage gestellt. Quasi ein Pedant zum Ultramarinen-Viewer für Mac. Gibt es wie gesagt noch ein eigenes Video zu, packe ich unter die Videobeschreibung, weil mir jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme der Name dieses Programms entfallen ist. Aber es ist eine ganz wunderbare und simple Visualisierungsmöglichkeit. Dann hat Peter K. 33884 noch gefragt. Betrifft die E-Rechnung, digitale Rechnung nur Rechnungen oder auch für Angebotsschreiben? Oder darf ich Angebotsschreiben weiter mit Word, Excel machen? Die E-Rechnung betrifft, um es kurz zu fassen, nur Rechnungen. Also es geht um die Frage, wie muss eine Rechnung, und eine Rechnung ist ja ein Dokument, das über eine ausgeführte Leistung oder über eine ausgeführte Lieferung abrechnet. Das beschreibt die Rechnung. Und die muss dann ab 2027 spätestens zwingend per E-Rechnung abgerechnet werden im B2B. Und wir müssen eben ab 25 imstande sein, diese E-Rechnung zu empfangen und vernünftig zu öffnen. Was wir in Angeboten machen, ob wir überhaupt Angebote machen, ob wir direkt einen Vertrag machen und so weiter, hat mit der Umsatzsteuer und mit der ausgeführten Leistung gar nichts zu tun, weil das ist ja erstmal die Auftragsannahme. Da ist ja noch gar nichts passiert. Deswegen, ich brauche ja bei einem Angebot auch insofern noch nichts abzurechnen oder sowas. Das heißt, was wir angebotsmäßig machen, ob wir einen Vertrag machen, ob wir ein Angebot machen, ob wir einen Handschlag machen, das ist tatsächlich dem Gesetzgeber vollkommen egal, weil für die Umsatzsteuer nur relevant ist, was ist denn tatsächlich ausgeführt worden und wo ist denn tatsächlich ein Anspruch entstanden. Das heißt also, Angebot kann man weiterhin mit Word und Excel machen oder auch auf andere Art und Weise. Nur die Rechnung, die muss dann eben in Zukunft in bestimmten Fällen als E-Rechnung ausgewiesen werden. An der Stelle vielleicht noch der Hinweis, wer jetzt mit dem Thema E-Rechnung sich bisher noch nicht befasst hat, ihr findet auf meinem YouTube-Kanal mehrere Videos dazu. Ihr findet auch ein Webinar dazu, anderthalb Stunden Webinar-Mitschnitt, wo ich auch nochmal viele Fragen beantwortet habe. Ist alles auf YouTube veröffentlicht, könnt ihr euch alles anschauen. Da findet ihr nochmal ganz, ganz viel Hintergrundwissen, falls ihr jetzt gerade zuhört und noch nicht ganz verstanden habt. Moment mal, 2025, 2027, da habe ich also wirklich mehrere Ressourcen für euch bereitgestellt, damit ihr euch mit diesem Thema eben auch gut beschäftigen könnt. 66 Honk hat noch gefragt. Hallo Herr Kuyper, vielen Dank für das gut erklärte Video. Das bezog sich auf das PDF24-Video. Was mich neugierig gemacht hat, war die PIN-Eingabe für DATEV. Besteht die Möglichkeit, PDF24 mit DATEV zu verknüpfen oder hatte die PIN-Abfrage nichts mit PDF24 zu tun? Wäre nämlich super, wenn man direkt aus PDF24 auch die Rechnung an die DATEV übermitteln kann. Also vielleicht kurz zur Erläuterung, ich hatte dieses PDF24-Video aufgemacht und habe das auf meinem Windows-Rechner gemacht und da lief noch die DATEV-Kanzlei-Software von mir im Hintergrund. Und DATEV geht immer mal hin und übermittelt irgendwelche Dinge im Hintergrund. Also beispielsweise Voranmeldungen zum Fälligkeitstag und so weiter. Deswegen kann es schon mal passieren, wenn man am PC arbeitet, dass zwischendurch die PIN für diese DATEV-Smartcard abgefragt wird, um diese Hintergrundaktion auszuführen. Und das ist genau dann passiert, als ich das Video eigentlich aufgenommen habe. Deswegen taucht in dem Video kurz eine PIN-Eingabe auf, die dann wieder verschwindet. Das hat tatsächlich gar nichts mit PDF24 zu tun gehabt. Das war also wirklich Zufall. Und es ist nicht möglich, Rechnungen aus PDF24 an DATEV zu übermitteln. Das ist auch letzten Endes nicht der Sinn der Sache. Also man muss sich ja immer bewusst werden, PDF24 ist eigentlich ein PDF-Reader, der aber eben ermöglicht, dass du auch eine E-Rechnung erstellen kannst. Was mich eben positiv überrascht hatte, weshalb ich dieses Video aufgenommen habe. Ich habe aber auch in dem Video gesagt, es ist nicht die optimale Lösung. Und es ist auch nicht unbedingt das, was ich empfehlen würde. Weil du kannst zwar mit dem Programm eine E-Rechnung schreiben. Das funktioniert gut und das ist auch wirklich kein großes Problem. Aber trotzdem ist es so, du solltest dieses ganze Thema E-Rechnung, diesen ganzen Prozess, wie kann ich E-Rechnungen empfangen, wie kann ich sie versenden, wie kann ich mir mein Büro, meine Abrechnung, meine Buchhaltung möglichst einfach gestalten, solltest du meiner Meinung nach möglichst ganzheitlich denken. Also PDF24, ich sehe das wirklich als Notlösung. Wenn du sagst, für mich lohnt sich kein Rechnungsschreibungsprogramm, weil ich schreibe im Jahr nur zwei Rechnungen. Dann würde ich sagen, okay, dann kann man das mit PDF24 machen. Weil, du musst dir ja auch bewusst sein, du musst die Rechnungen eigentlich GOBD-konform, revisionssicher ablegen. Das kann PDF24 per se nicht. Das heißt, eigentlich bräuchtest du zusätzlich zu diesem PDF24 noch ein Dokumentenmanagementsystem, in dem du also mit einer Versionierung Dateien ablegen kannst. Das wäre schon ratsam. Plus, du müsstest ja auch dann per Hand beispielsweise die Rechnungsnummern hochzählen. Das macht das ja nicht automatisch. Das heißt, nur weil du mit PDF24 es kannst, heißt es nicht, dass es optimal ist. Deswegen ist aber auch nicht vorgesehen, dass man diese Rechnung beispielsweise direkt an Dativ übermitteln kann, weil dafür ist das Programm eigentlich gar nicht gemacht. Es ist originär ein PDF-Reader, der sehr, sehr viele tolle PDF-Bearbeitungsfunktionen hat. Deswegen bin ich von dem Programm wirklich ein Riesenfreund. Und dass es natürlich E-Rechnungen schreiben kann, ist eben auch eine tolle Sache, weil es eine mögliche Alternative ist zu Word und Excel, falls jemand bisher das so gemacht haben sollte und es im einzelnen Fall auch okay erscheint. Aber ich würde es trotzdem nicht unbedingt empfehlen. Ich würde trotzdem da, wo es sich umsetzen lässt, immer eine professionelle Lösung nehmen, die eben nicht nur die Rechnungen schreibt, sondern die mir die Rechnung beispielsweise per Schnittstelle direkt zum Steuerberater schickt, wo ich die Möglichkeit habe, vielleicht eine E-Mail hin weiterzuleiten und dann wird der Beleg automatisiert erkannt, wo ich die Möglichkeit habe, ein Bankkonto anzubinden und die Bankbuchung mit meinen Belegen zu verknüpfen, damit ich sehe, habe ich jetzt wirklich alles auch kategorisiert, habe ich alles zugeordnet, damit auch der Zahlungsabgleich, das Mahnwesen, all das richtig erfolgt. Und da gibt es eben mit Lexware Office, mit SavDesk, mit Wieso mein Büro und wie sie alle heißen. Ich werde noch viele weitere Tests auf meinem YouTube-Kanal veröffentlichen und auch noch viel mehr Programme mir im Detail anschauen für euch. Aber diese Programme haben einfach einen etwas ganzheitlicheren Ansatz, deswegen würde ich das empfehlen. Also PDF24, sehr, sehr geiles E-Mail oder sehr, sehr geiles PDF-Bearbeitungstool, meiner Meinung nach, mit dem positiven Nebeneffekt, dass du eben eine E-Rechnung schreiben könntest. Nichtsdestotrotz, gerade wenn man ein gewisses Volumen an Rechnungen hat, was man schreibt, wäre das nicht meine favorisierte Wahl, sondern ich würde es eher für die paar Fälle sehen, wo du wirklich sagst, ich schreibe nur eine Rechnung im Jahr, zwei Rechnungen pro Jahr, da brauche ich vielleicht nicht so eine professionellere Software. Ansonsten würde ich eigentlich jedem empfehlen, über so ein Rechnungsschreibungsprogramm nachzudenken, weil die 10, 20 Euro, die man da im Monat bezahlt, sicherlich auch angemessen und auch gut bezahlbar sind. Es geht auch ein bisschen auf die Frage von AstraCap ein oder auf die Anmerkung. Er schreibt oder sie schreibt, sorry, Rechnungen mit Word oder Excel, in welcher Zeit seid ihr denn stecken geblieben? Ich sage nur GOBD. Ist natürlich grundsätzlich eine richtige Anmerkung. Ist auch das, was ich im Video aber auch gesagt habe und was ich gerade auch nochmal erläutert habe, also es bringt nichts, ein Tool zu nutzen, was im Zweifel nicht vom Finanzamt anerkannt wird im Sinne von GOBD. Und die GOBD sagen eben, du musst etwas revisionssicher ablegen, beziehungsweise du musst irgendwie nachvollziehen können, sind denn Änderungen an der Datei vorgenommen worden. Und das Problem hat man bei Word und Excel Rechnungen häufig, dass du natürlich einfach im Nachgang hingehen könntest, könntest die Word Datei verändern. Und sofern du kein professionelles DMS hast, was wirklich eine Versionierung beinhaltet, dann könnte man eben diese Änderungen auch nicht nachvollziehen. Und damit wäre es eben nicht revisionssicher. Das ist ein Thema, was aber auch bisher schon besteht. Also es ist nicht nur jetzt durch PDF24 beispielsweise ein Problem. Es ist eigentlich für alle ein Problem, die Word und Excel nutzen. Und ich gehe davon aus, dass die meisten, die mit so einer Lösung Rechnungen schreiben, auch nicht unbedingt ein revisionssicheres DMS haben. Weil revisionssicheres DMS einzurichten ist ja nochmal eine Stufe anspruchsvoller, als erstmal eine professionelle, in sich revisionssichere Faktorierungssoftware zu nutzen. Deswegen ist der Kommentar sicherlich richtig. Und deswegen sage ich das auch. Also Word und Excel sind per se nicht verkehrt. Du müsstest aber eine revisionssichere Archivierung haben, ein revisionssicheres DMS. Ansonsten hast du in der Tat möglicherweise mit den GOBD, so wie es AstraCap schreibt, ein Problem. Auf der anderen Seite, wenn du sowas hättest, ließe sich das umsetzen. Jedenfalls bisher. In Zukunft dann nicht mehr, weil Word und Excel keine E-Rechnungen ausstellen können. Aber wenn du jetzt wirklich eine revisionssichere Belegablage hättest, im Sinne von einer Versionierung, ein DMS, dann wäre theoretisch Word und Excel auch bisher schon zulässig gewesen. Also man kann das jetzt nicht pauschal so lassen oder pauschal so im Raum stehen lassen, weil es dann doch etwas differenzierter aus meiner Sicht einfach betrachtet werden sollte. Dann hatte noch User J8L2B gefragt. Hallo Ken, ich nutze LexOffice XL-Paket und schreibe Rechnungen ebenfalls mit dem Programm und habe bereits eine laufende Rechnungsnummer. Wie ist das, wenn ich die Rechnung mit einem anderen Programm schreiben möchte, den ich auch LexOffice weiterhin für die Buchhaltung nutzen will? Also die Frage bezieht sich natürlich generell auf die Frage, was ist, wenn ich eine Software wechseln will, wenn ich an meinem Workflow etwas ändern will? Ich würde auf jeden Fall empfehlen, generell, und da ist es jetzt auch egal, ob das LexOffice betrifft oder irgendwelche anderen Programme, ich würde im Falle einer solchen Prozessänderung immer hingehen und würde schauen, dass ich erstmal einen sauberen Cut mache. Also die letzte Rechnungsnummer, die du in dem alten System, in dem Fall wäre das jetzt LexOffice, hast, die würde ich so stehen lassen und dann würde ich quasi in dem neuen System direkt mit der nächsten Rechnungsnummer, die dann logisch folgen würde, dann weitermachen. Also klarer Cut und dafür sorgen, dass die Rechnungsnummern, die ich jetzt in dem neuen System schreibe, automatisch die alten Rechnungsnummern fortsetzen. Dann siehst du auf jeden Fall schon mal, okay, jede Rechnung wurde nur einmal ausgestellt, jede Rechnungsnummer wurde nur einmal verwendet und zusätzlich würde ich da noch hingehen und würde vermerken, beispielsweise in Form eines Aktenvermerks, einer Gesprächsnotiz, dass du die Software geändert hast und wie du genau das gemacht hast, also wo du jetzt den Cut gezogen hast, wo jetzt fortgesetzt wird und so weiter. Das Finanzamt schreibt ja immer, du brauchst eine Verfahrensdokumentation, also nach Auffassung der Finanzverwaltung müsstest du quasi bisher eine Verfahrensdokumentation gehabt haben und wenn du jetzt das Programm änderst, ändert sich ja dadurch auch der Rechnungsschreibungsprozess, also müsstest du ja dann nach Auffassung der Finanzverwaltung sozusagen die Verfahrensdokumentation anpassen, müsstest dort das neue Programm, den neuen Prozess reinschreiben und dadurch hättest du ja diese Dokumentation erfüllt. Allerdings habe ich den Eindruck, dass gerade bei vielen kleinen Unternehmen, Solo-Selbstständigen und so weiter, das mit der Verfahrensdokumentation sicherlich etwas mit Kanonen auf Spatzen geschossen ist, weil wenn ich ein Solo-Selbstständiger bin, ich mache alles digital, ich habe ein überschaubares Business, eine überschaubare Buchhaltung, da arbeiten jetzt auch nicht 20 Leute gleichzeitig dran, wofür brauche ich eine Prozessbeschreibung? Ich weiß ja, wie mein Prozess funktioniert und im Zweifel könnte ich diesen Prozess auch innerhalb von drei Minuten einen Betriebsprüfer vom Finanzamt erklären und dann ist das meine Verfahrensdokumentation. Deswegen bin ich der Meinung, man muss diese Verfahrensdokumentation auch immer unter einem gewissen Verhältnismäßigkeitsaspekt betrachten. Deswegen hast du, wenn du keine Verfahrensdokumentation bisher sowieso schon hast, aber auch keine Grundlage, irgendeine Verfahrensdokumentation zu ändern. Trotzdem würde ich dann aber eben hingehen, kleines Dokument machen, reicht ja eine DIN A4-Seite, kurzen Vermerk machen, den möglichst revisionssicher auch abspeichern, dass man auch sehen kann, wann du den Vermerk gemacht hast und da kurz dokumentieren. Ich habe die Software geändert, in der alten Software ging es jetzt bis zur Rechnungsnummer so und so, in der neuen Software mache ich jetzt mit der Rechnungsnummer so und so weiter und dann wäre das aus meiner Sicht vollkommen in Ordnung. Dann bist du da, glaube ich, unter uns gesprochen, besser aufgestellt als die allermeisten Selbstständigen, weil die meisten machen sich gar nicht so viele Gedanken und machen einfach. Und im Zweifel ist das auch noch gar nicht unbedingt tragisch, weil, wie gesagt, ich hatte ein Interview geführt mit dem Betriebsprüfer Valery Leontjev, da haben wir uns über dieses Thema ja auch unterhalten und da war auch unsere gemeinsame Auffassung, die wir dort erarbeitet haben, dass nur weil du einen möglichen formellen Verstoß hast aus Sicht der Finanzverwaltung, also die Frage ist ja erstmal, ist die Sicht der Finanzverwaltung gerichtsfest? Es gibt bisher zu dieser Frage Verfahrensdokumentation und GOBD einfach auch noch nicht viel Rechtsprechung, noch nicht viele Urteile. Das heißt, die Frage ist sowieso, ist diese Auffassung überhaupt gerichtsfest? Ist dann die Auffassung in dem Fall eines kleinen Solo-Selbstständigen auch noch verhältnismäßig? Und dann ist noch die Frage, hat denn dieser formelle Mangel wirklich auch zu einem Schaden oder einem Fehler geführt? Und gerade das wird in vielen Fällen kein Problem sein. Wenn ich sage, ich habe vielleicht keine revisionssichere Ablage, ich kann aber trotzdem nachweisen, wie die Datei aussah, die zum Kunden gegangen ist und das eben dadurch, dass die Datei, die ich hier habe, mit der Datei, die zum Kunden gegangen ist, deckungsgleich ist, dass dadurch eben auch kein Problem entstanden ist, dann ist das ja auch schon wieder die Frage, ob das überhaupt eine Relevanz hat, dass ich hier einen formellen Fehler habe. Also man kann diese Themen nicht schwarz-weiß sehen. Das ist einfach ein, ja, wie soll man sagen, ein auslegungsbedürftiges Themenfeld. Und ich glaube, wenn du halt dir als Selbstständiger ein paar Gedanken darüber machst, über diese GOBD-Themen, über Verfahrensdokumentation, über solche Sachen, was mache ich, wenn ich jetzt die Software wechseln möchte, wie kann ich das dokumentieren, dann bist du einfach schon sehr viel besser aufgestellt, als es die meisten überhaupt sind. Und dann halte ich die Wahrscheinlichkeit, dass das zu einem Problem wird, im Rahmen einer Betriebsprüfung beispielsweise, für äußerst gering, nach meiner Auffassung. Dann fragt Corny Official noch, also zählt es als ersetzendes Scannen, wenn ich die Dokumente direkt in LexOffice einpflege? Du kannst mit LexOffice, das bezog sich auf die Podcast-Folge, wo ich über die Frage diskutiert habe, darf man Belege nach dem Einscannen wegschmeißen? Und das nennt man ersetzendes Scannen. Also darf ich einen Beleg, in dem ich ihn scanne, den Scan oder den Originalbeleg, der ja in Papier kommt, ich scanne ihn, darf ich den Originalbeleg durch den Scan ersetzen? Also darf ich den Originalbeleg vernichten und nur noch mit der gescannten Datei weitermachen? Und tatsächlich hat genau zu diesem Thema das BMF-Schreiben, also die Auffassung der Finanzverwaltung vom 28. November 2019, das ist ein sehr, sehr umfangreiches Schreiben, da empfehle ich dir auch gerne reinzuschauen, da wird genau dazu was geschrieben. Wie funktioniert das mit diesem ersetzenden Scannen? Unter welchen Voraussetzungen ist das möglich und unter welchen nicht? Und ich würde sagen, LexOffice ist auf jeden Fall schon ein gutes System, weil es eben eine revisionssichere Speicherung des Belegs ermöglicht. Es ermöglicht auch eine Festschreibung. Das heißt also, wenn du in LexOffice einen Monat festgeschrieben hast, kannst du beispielsweise auch keine Dokumente mehr versehentlich löschen und dergleichen. Allerdings würde das noch nicht ausreichen. Also einfach nur zu scannen und in LexOffice hochzuladen reicht noch nicht, sondern nach Auffassung der Finanzverwaltung brauchst du dann eben noch diese Verfahrensdokumentation. Also diese Prozessbeschreibung, wo das dann nochmal drinsteht, wie genau die Revisionssicherheit beispielsweise sichergestellt wird, wann du in welchem Intervall festschreibst und so weiter. Da müssten so ein paar Sachen in so einer Verfahrensdokumentation stehen und dann wäre das in Ordnung. Allerdings, und das würde ich auch so sehen, meiner Meinung nach spricht es auch nichts dagegen, ein Dokument auch noch analog aufzubewahren. Also was spricht dagegen? Nehmen wir mal an, du hast einen Bewirtungsbeleg von einem Restaurant. Was spricht dagegen? Du nimmst dir den Bewirtungsbeleg, scannst ihn in LexOffice ein, arbeitest auch vollständig digital damit weiter und nimmst einfach den Originalbeleg, packst ihn in eine Klarsichtfolie, heftest ihn in einen Ordner ab und archivierst den Ordner. Was spricht dagegen? Dürfte meines Erachtens nichts dagegen sprechen, auch im Hinblick auf dieses BMF-Schreiben nicht. Dann könntest du, wenn Zeit auf hart kommt, immer nochmal den Originalbeleg zeigen. Also ich gehe mal davon aus, dadurch, dass die Papierbelege sowieso jetzt auch im Zuge der E-Rechnung weniger werden, dass wir sowieso gar nicht mehr so viel analog werden aufbewahren müssen. Und wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt von drei Jahren einen DIN-A4-Ordner voll oder zwei DIN-A4-Ordner voll, das kostet mich im Zweifel auch nicht viel Platz im Büro oder im Aktenschrank. Also spricht auch nichts dagegen, zu sagen, ich nutze LexOffice, ich scanne es, ich arbeite damit weiter, das ist mein Hauptsystem, damit übermittle ich auch alles zum Steuerberater und ich lasse den Originalbeleg trotzdem noch in irgendeinem Ordner archivieren, einfach damit ich ihn im Falle einer Rückfrage trotzdem rausholen könnte. Spricht ja aus meiner Sicht nichts dagegen. Insofern würde ich sagen, das Einpflegen in LexOffice reicht noch nicht aus, um aus Sicht der Finanzverwaltung dieses ersetzende Scannen durchzuführen. Da bräuchte es noch eine Verfahrensdokumentation, aber es wäre vielleicht trotzdem auch ratsam, einfach den Beleg noch aufzubewahren. Dann bist du da sicherlich auf der sicheren Seite. Dann hat Carsten Mayer 1729 angemerkt, die per E-Mail zugesendete PDF-Datei oder die über Online-Banking heruntergeladenen Dateien sind auch keine Originaldateien mehr. Das bezog sich auch auf dieses Video zu den GOBD, zu dem ersetzenden Scannen. Im Fall des Online-Banking liegt vielleicht ein Original noch bei der Bank. Die Frage nach Original und Kopie stellt sich schon, seit es Raubkopien gibt. Wie unterscheidet sich eine kopierte Datei von der Datei, von der sie kopiert wurde? Antwort, sie unterscheiden sich gar nicht. Das ist eine Diskussion um das Kaisersbad. Am ehesten hilft da so etwas wie MD5 oder SHA-256 oder so. Wenn der Schlüssel eines Dokuments mit dem Schlüssel des von dem Herausgeber herausgegebenen Dokuments übereinstimmt, ist das Dokument original. Das hört sich jetzt für mich sehr technisch an. Ehrlicherweise muss ich gestehen, kenne ich mich jetzt auch mit diesen Verschlüsselungstechniken jetzt nicht so aus. Das ist nicht meine Fachexpertise. Und die Aussagen, die ich in der Podcast-Folge zu der Frage, darf ich Belege wegschmeißen, getroffen habe, bezogen sich allesamt auf die Finanzverwaltungsauffassung. Das heißt, wir können gerne darüber diskutieren, wie ist es technisch? Wann habe ich vielleicht ein Original? Wann habe ich kein Original? Auf der anderen Seite ist es ein bisschen die Frage, was diese Diskussion bringt. Weil am Ende des Tages ist ja derjenige, der es möglicherweise anfechten kann, letztlich das Finanzamt. Das Finanzamt kann kommen und kann sagen, ich glaube dir nicht, dass die Datei, die du da verarbeitet hast, dass das dem entspricht, was der Lieferant dir gesendet hat. Also nehmen wir mal an, du hast jetzt eine X-Rechnung. Das Problem bei der X-Rechnung ist, du kannst einfach in den Code reinklicken, kannst eine Zahl ändern. Relativ einfach so. Das heißt, wir stellen uns vor, du hast eine X-Rechnung, du hast auch keine revisionssichere Ablage, kein Dokumentenmanagement-System. Jetzt könnte der Betriebsprüfer auf die Idee kommen, zu sagen, ich glaube dir nicht, dass die Datei, die da gebucht ist, diese XML-Rechnung, dass das das Original ist. Ich glaube, da wurde an der Zahl gefuscht. So. Deswegen kann der Prüfer jetzt sagen, zeig mir mal das Original, was bei dir eingegangen ist. Ob das jetzt in einem technischen Rahmen das Original ist, sei mal dahingestellt. Aber für das Finanzamt, aus Sicht des Finanzamts, wenn man dieses BMF-Schreiben zu den GOBD liest, ist das Original quasi die Datei, so wie sie bei dir eingegangen ist. Ja, es ist nicht unbedingt das Original. Original im Sinne von, es ist nicht unbedingt das, was die Bank erzeugt hat, aber es ist das Original, wie es bei dir eingegangen ist, in dem Original-Format. Also wenn ich jetzt einen Brief bekomme, ist es eben der Brief, der das Original ist. Wenn ich eine E-Mail mit einem PDF-Anhang bekomme, dann ist ein bisschen die Frage, ist der PDF-Anhang selber das Original, wenn ich ihn speichere, weil eigentlich ja das Speichern eines Anhangs schon eine Kopie ist, oder ist es nicht die E-Mail, die dann eher das Original ist? Nach meiner Auffassung ist es eher die E-Mail, weil wenn ich die E-Mail, so wie sie reingegangen ist, mit dem Anhang noch habe, kann ich ja genau nachweisen, wie die Datei ausgesehen hat, als sie bei mir reinkam. Deswegen vertrete ich die Auffassung, dass die E-Mail das Original im Sinne dieses BMF-Schreibens und auch im Sinne dieser GOBD ist. Und wenn ich jetzt dem Betriebsprüfer diese E-Mail noch zeigen könnte, weil ich eine E-Mail-Archivierung habe, ich kann ihm sagen, hier, pass auf, das ist die Original-E-Mail, so wie sie reingekommen ist bei mir. Da siehst du den Original-Anhang und dieser Anhang stimmt exakt mit dem überein, was jetzt hier weiter verarbeitet wurde. Wo ist dann noch die Grundlage für einen Betriebsprüfer, das irgendwie in Frage zu stellen? Und im Worst Case, natürlich könnte ich hingehen und könnte dann auch noch meinen Lieferanten anschreiben oder die Bank anschreiben und die bitten, schickt mir bitte noch mal eine Kopie dieser Rechnung. Und dann könnten die mir noch mal die Kopie schicken und dann kann ich es wieder nachweisen. Also im Worst Case habe ich viele verschiedene Möglichkeiten, dem Betriebsprüfer nachzuweisen, dass das, was ich dort verarbeitet habe, auch mit dem übereinstimmt, was ich bekommen habe. Und darauf bezog sich das mit Original. Es geht also nicht um irgendein technisches Original. Es geht auch nicht um generell um irgendwelche Verschlüsselungsverfahren oder sowas. Es geht um die Frage, wie ist die Datei bei mir angekommen und wie kann ich den Betriebsprüfer im Zweifel beweisen, dass das, was ich verarbeitet habe, genau dem entspricht, was ich bekommen habe. Und wenn ich die Möglichkeit habe, die Original-E-Mail nachzuweisen oder wenn ich die Möglichkeit habe, mir den Beleg auch noch mal aus irgendeinem Kundenportal runterzuladen, dann erübrigt sich damit aus meiner Sicht eigentlich jede Diskussion, weil dann kann der Prüfer es aus meiner Sicht nicht mehr anzweifeln, warum da denn möglicherweise gefuscht worden sein soll. So sehe ich das. Und darauf bezog sich diese Aussage. Insofern trotzdem vielen Dank an Carsten Mayer für die Ergänzung, gerade auch für diesen Blickwinkel. Vielleicht hat das dann für ein bisschen mehr Klarheit gesorgt, dass wir heute noch mal darüber diskutieren konnten oder sprechen konnten. Dann schrieb Michael Quarz noch, grundsätzlich finde ich sinnvoll, alles digital abzulegen. Die Komplexität ist für viele aber nicht leistbar. Wenn wir ehrlich sind, nicht mal für die meisten Mitarbeiter der Finanzämter. Und Revisionssicherheit hängt ja eher vom Level des Zugriffs ab. Ein Admin mit umfassenden Rechten kann auch jeden beliebigen Datensatz in betreffenden Datenbanken ändern. Wo fängt die Revisionssicherheit also an und wo endet sie? Das war eine rhetorische Frage. Letztlich ist es wie immer. Wer betrügen will, der betrügt. Wer es nicht will, der tut es auch nicht. Fangen wir vielleicht mal mit dem letzten Satz an. Wer betrügen will, der betrügt. Wer es nicht will, der tut es auch nicht. Das ist natürlich so. Also ich glaube, dass du jedes System, egal ob es jetzt ein digitales System ist oder eben eine analoge Verarbeitung von Belegen, du kannst letztlich, wenn du es darauf anlegst, jedes System umgehen und du findest auch in jedem System Lücken. Nicht nur rein technischer Natur, dass du jetzt also irgendwelche Belege manipulierst, an irgendwelchen Kassensystemen rumfuschst oder auch rechtlicher Natur. Ja, je komplizierter die Steuergesetze werden, desto mehr Lücken gibt es, weil es irgendwann so kompliziert ist, dass die Leute, die die Gesetze machen, selber nicht mehr ganz verstehen, welchen Fall sie schon geregelt haben und welchen nicht. Deswegen gibt es ja so etwas wie Steuergestaltung. Und deswegen findest du immer wieder Löcher, die ganz interessant sind, um sie zu seinen Gunsten zu nutzen. Und das ist ja eigentlich auch der Job eines Steuerberaters und auch beispielsweise eines Anwalts, im Rahmen der legalen Möglichkeiten, Lücken bestmöglich zu nutzen. Also insofern, es ist so, wer betrügen will, der betrügt. Oder wer ein System ausnutzen will, wer Lücken nutzen will, nutzt sie. Wobei betrügen nochmal was anderes ist als Lücken nutzen. Betrügen setzt ja wirklich auch eine Absicht voraus, absichtlich ein System auszunutzen oder absichtlich irgendwas zu tun, was definitiv eben nicht mehr nur eine Lücke ist, sondern was eben auch illegal ist. Also das ist definitiv so. Am Ende des Tages glaube ich trotzdem, dass die Einrichtung eines digitalen Büros, also eines, ich sag mal, DMS-Systems, wie zum Beispiel EcoDMS, da werde ich demnächst auch noch ein YouTube-Video zu machen und werde euch mal zeigen, wie ich das für mich privat so organisiere. Ich glaube, dass die Einrichtung eines solchen DMS-Systems, bei dem du also eine Versionierung hast, bei dem du Änderungen an der Datei nachvollziehen kannst, bei dem du eine OCR-Texterkennung hast und quasi in Volltext alle Dokumente, die du hast, durchsuchen kannst, bei dem du dir alle möglichen Ordnerstrukturen und alle möglichen Indexierungen ausdenken kannst. Ich glaube, dass die Einrichtung eines solchen Systems tatsächlich nicht so komplex ist, wie man das vielleicht auf den ersten Blick glauben mag, weil ich habe mich mit dem Thema doch recht viel beschäftigt. Ich wollte einfach bei mir mehr Ordnung reinbringen. Ich war bis Anfang des Jahres auch noch eher analog, hatte viele Versicherungsunterlagen und so ein Zeug auch in Ordnern bepackt und ich habe dann wirklich im Laufe des Jahres alle Ordner, die ich hatte, es waren glaube ich sechs oder sieben Stück, mit irgendwelchen privaten Unterlagen alles gescannt, alles revisionssicher im DMS abgelegt und ich merke einfach, dass das für mich eine riesen Erleichterung ist, weil ich eben jetzt sieben Ordner weniger im Schrank stehen habe und weil ich trotzdem alles viel, viel schneller finde und eben auch einen besseren Workflow habe. Also ich glaube, die Komplexität ist schon machbar und ich glaube, sie ist auch für einen Solo-Selbstständigen machbar, wenn man das machen möchte. Aber natürlich hat Michael Quarz auch insofern recht, als dass er sagt, ein Admin kann immer alles löschen. Das ist natürlich so. Es geht auch gar nicht darum, dass man komplett revisionssicher ist, im Sinne von, du kannst nie mehr eine Datei löschen. Es geht einfach nur darum, dass du ein System schaffst, bei dem du nachweisen kannst, das, was hier verarbeitet wurde, entspricht dem, wie es hier reingekommen ist und bei dem das Finanzamt einfach den Eindruck hat, diese Person setzt sich mit den Dingen auseinander und diese Person scheint wohl auch nicht betrügen zu wollen oder scheint wohl auch nicht in irgendeiner Form hier Probleme zu machen. Ja, und das ist, und auch das sagt zum Beispiel der Betriebsprüfer Valery Leontjev in seinem Interview, das ist am Ende eine Frage auch der Person. Also Valery sagt, es ist nie nur ein Faktor, es sind immer mehrere Faktoren, die dazukommen, die dann vielleicht so ein etwas suspektes Gesamtbild schaffen, bei dem der Prüfer sich das dann eben mal genauer anschaut. Aber wenn man sich so viele Gedanken macht und ein ordentliches System aufsetzt und dem Prüfer auch keinen Anlass gibt, zu denken, dass man jetzt irgendwie was Illegales tun würde oder dass das System vielleicht nicht richtig konfiguriert ist, dann sehe ich da auch kein Problem. Ja, würde ich jetzt tatsächlich nicht so sehen. Und dann waren noch zwei Anmerkungen von 68atrom und von nonilav9082 dabei, die fand ich ehrlicherweise etwas unterhaltsam. Sind jetzt, glaube ich, keine Anmerkungen, die man groß beantworten muss, aber ich will sie trotzdem mal vorlesen. 68atrom hat geschrieben, echt E-Rechnung, klar, bei unserer super Infrastruktur. Ich werde weiter meine Rechnungen per Papier stellen, aus, fertig, basta. Und wenn ich dazu gezwungen werde, heißt dann Bürgergeld, ganz einfach. Und nonilav9082 schreibt, es ist ja schön, dass das jetzt kommen soll, aber die Frage ist doch, warum? Das ist doch ein Eingriff in die persönliche Gestaltung eines Gewerbetreibenden, das mit einem erheblichen Aufwand verbunden ist. Und auf der anderen Seite ist es ja so, sobald ein Gewerbetreibender und ein Normalkunde eine Rechnung schreibt, muss diese wieder lesbar sein. Dann darf das keine E-Rechnung sein. Diese Rechnung soll nur zwischen Gewerbetreibenden sein, sodass das Finanzamt noch mehr sofort und was weiß ich kontrollieren kann mit weniger Aufwand für mehr Aufwand für die Gewerbetreibenden. Und wenn sich dann auch noch die Sachen ändern, was du machst, dann ist das nochmal ganz anders. Aber die Frage, warum? Sind wir alle schwarz, Rechnungsstellung? Also gut, mal von dem Satzbau abgesehen, ich weiß nicht, ob ich das richtig betont habe beim Vorlesen mal davon abgesehen, das kann man natürlich so sehen. Ich sehe es ein bisschen anders insofern, als dass die E-Rechnung meines Erachtens nicht eine lästige Bürokratiepflicht ist, die jetzt keinen Nutzen bietet. Es gibt sicherlich in unserer Bürokratie viele Dinge, wo man mit dem Kopf schütteln kann. Und ich merke das ja als Steuerberater auch wirklich an erster Front. Wir haben ja mit ganz, ganz vielen Dingen auch zu tun, mit denen sich der normale Bürger nicht beschäftigt. Wir hatten jetzt gerade die letzten Jahre ganz viel mit Corona-Hilfen zu tun. Das wurde ja auch komplett auf die Steuerberater abgewälzt, dieses Thema. Man hat das ja nicht von Behörden wegen gemacht, sondern man hat einfach gesagt, komm Steuerberater, mach das mal. Und genauso kam natürlich dann neben dieser ganzen Corona-Hilfen-Thematik auch noch die Grundsteuer dazu. Wobei man da natürlich dazu sagen muss, da kann jetzt insofern die Politik nichts dafür. Da hat eben das Bundesverfassungsgericht gesagt, du darfst nicht auf Basis dieser alten Werte die Grundsteuern erheben, also du musst was Neues machen. Das heißt, das war jetzt insofern auch eine Aufforderung des Verfassungsgerichts. Aber es ist natürlich so, es gibt viele Sachen, wo man sich die Frage stellen kann, ist das jetzt sinnvoll? Bringt uns das jetzt als Gemeinschaft, als Gesellschaft weiter? Und ich glaube, dass wir in Deutschland tatsächlich ein unfassbar bürokratisches Land sind. Ich glaube, dass man ganz, ganz viele Sachen vereinfachen könnte, wenn man es denn nur wollen würde. Und ich glaube tatsächlich auch, dass wir ein etwas, ja, einfach einen ziemlich großen Staatsapparat haben und dass man schon sich die Frage stellen kann, brauchen wir das denn alles? Oder könnten wir nicht die ein oder andere Behörde auch abschaffen, dezimieren, was auch immer? Diese Fragen sind aus meiner Sicht legitim, die kann man stellen. Ich habe ehrlicherweise auf diese Fragen auch nicht immer eine Antwort. Ich habe den Eindruck, dass die Finanzverwaltung im Vergleich zu anderen Behörden und Verwaltungen, das ist aber auch nur ein laienhafter Eindruck, weil ich mit anderen Behörden auch nur in privater Sache zu tun habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Auto kaufe und das irgendwie ummelden muss, dann habe ich natürlich mit dem Kfz-Amt zu tun. Oder wenn ich jetzt einen neuen Personalausweis brauche, habe ich mit dem Bürgerbüro zu tun. Also da rede ich jetzt wirklich nur von meiner Privatperson, die ab und zu eben selber eine Leistung einer Behörde in Anspruch nehmen muss. Und das Finanzamt kenne ich natürlich viel besser, die Finanzverwaltung kenne ich viel besser, weil wir als Steuerberater natürlich mit denen viel enger auch zu tun haben und auch ein Organ der Rechtspflege sind und mit denen eben ein gemeinsames Besteuerungsverfahren durchführen. Und mein Eindruck, den ich habe, ist, dass die Finanzverwaltung beispielsweise schon deutlich besser funktioniert als andere Verwaltungen. Also das klappt eigentlich schon ganz okay. Da gibt es auch viele Probleme, gar keine Frage. Auch die haben mit Personalmangel zu tun. Aber da habe ich das Gefühl, das läuft noch einigermaßen. Bei anderen Behörden habe ich da schon eher meine Zweifel. Also die Frage kann man stellen, diese Ansicht kann man vertreten. Ich habe persönlich da keine so richtige Meinung zu, weil mir einfach die Fakten fehlen, um mir da eine Meinung zu bilden und weil ich eben nicht aufgrund von irgendwelchen Meinungen oder aufgrund von irgendwelchen Eindrücken Meinungen bilde, sondern ich versuche immer meine Meinungen auch sehr stark zu untermauern mit rationalen Gedanken. aber man kann das so sehen, kann man sicherlich. Ich habe auch auf dieses generelle Bürokratie-Problem in Deutschland und auf die Frage, ob wir nicht ein bisschen zu viel Bürokratie haben, ich habe da keine Antwort drauf. Ich habe auch keine Antwort auf die Frage, wie man das vereinfachen könnte, weil das nicht die Themen sind, mit denen ich mich beschäftige, sondern ich beschäftige mich damit, wie wir diese Bürokratie, die da ist, lösen können. Ja, es ist mir egal, was man hypothetisch vereinfachen könnte, weil ich bin gar nicht in der Position, irgendwas zu vereinfachen. Ich habe auch nicht vor, in die Politik zu gehen oder sowas. Deswegen mache ich mir über solche Sachen keine Gedanken, was möglicherweise hypothetisch so sein kann, sondern mein Job ist es als Steuerberater, das zu nehmen, was da ist, die Faktenlage, die Gesetze, so wie sie gemacht werden und die möglichst einfach und möglichst effizient und auch möglichst günstig für die Mandanten umzusetzen. Das ist meine persönliche Aufgabe und nicht, was könnte man generell besser machen, weil das rein hypothetische Diskussionen sind. Und insofern kann man natürlich die Meinung der beiden Kollegen vertreten und kann sagen, das ist doch alles Kontrolle und so weiter und unnötige Bürokratie. Ich sehe das bei der E-Rechnung nicht so, weil ich glaube, dass zum einen hat die E-Rechnung gar keinen nationalen Hintergrund, sie kommt aus dem EU-Recht. Ich habe in dem Webinar ein bisschen den Hintergrund erläutert, warum kommt jetzt die E-Rechnung, wie hängt das mit der EU-Mehrwertsteuer zusammen, wer mag, ist herzlich eingeladen, sich das Webinar anzuschauen. Ihr findet das auch auf meinem YouTube-Kanal. Das heißt, das ist jetzt nichts, was sich die deutsche Politik ausgedacht hat. Da müsste man also, wenn überhaupt, mit dem Finger nach Brüssel zeigen, warum die sich das ausgedacht haben. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass ich wirklich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass die E-Rechnung einen Nutzen bringen wird, weil sie einfach den händischen Erfassungsaufwand vereinfacht. Wir leben mittlerweile so digital und die Tatsache, dass es immer noch so viele Unternehmen gibt, die ihre Rechnungen auf Papier durch die Gegend schicken und dass es auch so viele Menschen gibt, die auch eine Papierrechnung erwarten, behindert aus meiner Sicht in gewisser Weise die Digitalisierung und auch die Automatisierung. Es wird überall von KI gesprochen, es wird überall diskutiert, kann man nicht eine Buchhaltung mit KI machen, sodass man also auch Kosten beim Steuerberater sparen könnte, beispielsweise, damit man effizienter ist und ich bin der Letzte, der da irgendwas dagegen hat. Von mir aus können wir alle Buchhaltungen vollautomatisiert mit KI laufen lassen, wenn es funktioniert, aber du brauchst halt dafür eine Datengrundlage und die Datengrundlage kann nicht ein Brief sein, der durch eine OCR-Texterkennung läuft, bei dem man sich nie 100% sicher sein kann, ob der denn auch stimmt und die E-Rechnung ermöglicht uns genau das, nämlich eine Datengrundlage zu schaffen, bei der wir alles digital sehen, bei der du eben keine Texterkennung mehr brauchst, bei der du aufgrund von festgelegten Variablen Rechnungsinformationen sammelst und diese Variablen dann eben maschinell ausarbeiten oder auslesen kannst und im Zweifel bietet uns das als Steuerberater, aber auch genauso dir als Unternehmer oder als Selbstständiger den ganz großen Vorteil, dass du weniger wirst erfassen müssen und dass wir mit Hilfe dieser Datengrundlage vielleicht tatsächlich irgendwann uns auf den Weg begeben, die Buchhaltung tatsächlich zu automatisieren und zu vereinfachen. Deswegen glaube ich, langfristig ist die E-Rechnung eine tolle Sache und ich glaube auch, dass der kurzfristige Umstellungsaufwand überschaubar ist, aber wenn man natürlich von sich aus sagt, ich spiele da nicht mit, habe ich keinen Bock drauf und da vielleicht auch ein bisschen ideologisch getrieben ist und sagt mir, ist das alles zu viel, dann kann ich das auf einer persönlichen Ebene nachvollziehen, aber dann muss man sich eben auch die Frage stellen, bringt mich das als Selbstständiger und als Unternehmer weiter. Und ich meine, 68 Atom schreibt ja, wenn ich dazu gezwungen bin, dann mache ich Bürgergeld. Wenn das die eigene Philosophie ist, vollkommen in Ordnung. Ja, jeder muss das selber für sich rechtfertigen. Meine Philosophie wäre das jetzt nicht, aber wenn das die Philosophie ist, dann soll es so sein. Aber ich glaube wirklich, dass die E-Rechnung eben keine Schikane des Gesetzgebers ist. Da gibt es sicherlich andere Dinge, die man schon eher so qualifizieren kann. Ich glaube, dass die E-Rechnung uns auch als Unternehmer und Gewerbetreibender Nutzen bringen kann. Bin ich fest von überzeugt. Und deswegen freue ich mich auf die Zeit, wenn die E-Rechnung kommt. Und deswegen biete ich aber auch viele Ressourcen und viel Content auf meinem Kanal an, um euch dabei zu helfen, diese Umstellung zu machen. Aber ich glaube, für die allermeisten, die sich wirklich damit beschäftigen und die auch wollen, hält sich der Umstellungsaufwand tatsächlich auch in Grenzen. Und ich denke auch, dass es im Jahr 2025 nicht so viel verlangt ist, dass man Rechnungen elektronisch durch die Gegend schickt. Ob das jetzt als Zugpferd oder als X-Rechnung dann irgendwann so ist, sei mal dahingestellt. Aber es gibt tatsächlich viele, die noch nicht mal eine E-Mail-Adresse haben, die auch alles auf Papier haben wollen. Und in gewisser Weise steht das einer Automatisierung, einer Digitalisierung oder im Weg. Und deswegen finde ich es eigentlich gar nicht so verkehrt, dass man das jetzt über den Weg des Gesetzes gemacht hat, weil es eben für alle anderen, die digital arbeiten wollen, wirklich auch die Chance bietet, das dann auch zu tun. Und ich meine, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das Internet hat vor 25 Jahren sicherlich auch vieles verändert. Da konnte man sich auch nicht gegen wehren. KI wird auch vieles verändern. Also am Ende des Tages muss man sich, glaube ich, anpassen oder es eben auch sein lassen. Aber das ist eine persönliche Entscheidung, die, glaube ich, auch nicht allzu viel mit der E-Rechnung zu tun hat, sondern eher mit der Frage, wie man eigentlich die Welt sieht und wo man eigentlich seinen Platz innerhalb dieser Welt und innerhalb dieser Gesellschaft für sich definiert. Ja, das ist jetzt doch eine ganz schön lange Folge gewesen. 40 Minuten. Ich dachte, es geht etwas zügiger. Aber ich hoffe trotzdem, dass dir die Folge gefallen hat. Ich hoffe, dass dir die Folge auch nochmal mehr Klarheit gebracht hat, weil die Fragen, die ich beantwortet habe, stammen wirklich aus der Community. Und insofern, ich freue mich immer wieder auf den Austausch. Das heißt, wenn sich aufgrund der Folge neue Fragen ergeben haben, schreib gerne unter die Kommentare oder wenn du auch Anmerkungen hast, Feedback hast, deine eigenen Gedanken einbringen kannst, schreib das auch gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer, das zu lesen. Ich versuche, wie gesagt, jeden Kommentar auch persönlich zu beantworten. Und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge von Gründergedanken wiedersehen und wünsche dir bis dahin eine ganz, ganz gute Zeit. Bis dann, dein Steuerberater, Ken Kalper.